hallo und willkommen zu watch max's uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du heute rein geklickt hast soll ich jetzt schon am anfang sagen was für ein knaller am ende kommt ich mein rieber ist der hammer aber nehme ich nicht die ganze spannung weg wenn ich das jetzt schon sage auf der anderen seite dann bleiben die vielleicht dran und schauen sich's an ich mach das ganz spontan heute geht es um eine kleine reihe von videos auf die ich mich schon lange gefreut habe und zwar geht es um ganz ganz viele uhrenmarken aus dem schwarzwald ich glaube ich habe 18 marken insgesamt die ich in dieser reihe kurz vorstellen möchte ich glaube noch nicht mal dass das alle marken aus dem schwarzwald sind es ist eine unglaubliche region für uhrenmarken für uhrenherstellung und das möchte ich euch in dieser serie etwas näher bringen die idee zu diesem video hatte ein zuschauer von mir jörg an dieser stelle danke für die idee und nicht nur dafür denn jörg hat auch irrsinnig viel hintergrund recherche betrieben hat mir informationen bereitgestellt hintergrund informationen teilweise bilder absolut der wahnsinn ohne diese zuarbeit hätte ich mich wahrscheinlich an diese videos nicht dran getraut denn fünf oder vier marken pro video vorzustellen ist richtig viel aufwand und das war nur möglich weil ich das nicht alleine machen musste meine mini serie werde ich aufbauen in vier einzelne videos davon gibt es zwei videos zu uhrenmarken aus dem nord schwarzwald ein video zu uhrenmarken aus dem süd schwarzwald und ein ganz spezielles video zur igler gruppe denn da gehören alleine vier marken hinzu sowie auch das übliche das geschäft von igler so dass ich das ausgegliedert habe in ein separates video so dass es vier uhren insgesamt geben wird in dem heutigen video zeige ich euch fünf marken aus dem nördlichen schwarzwald und am ende kommt ein absoluter knaller also wirklich richtig was feines auf das ich mich unglaublich freue und die hatte ich so detailliert mit den hintergrund informationen gar nicht auf dem schirm und freue mich wirklich richtig die in diesem video mit euch teilen zu können die erste marke aber die ich euch vorstellen werde ist tension die zweite wird larko sein dann kommt aristo die vierte ist zirkula und die fünfte marke ist wilhelm rieber tourbillon und da freue ich mich besonders drauf die firma tension hatte ich euch ja schon einmal vorgestellt in separaten videos und auch einzelne uhren davon trotzdem finde ich dass sie erwähnenswert ist in diesem gesamtüberblick über den schwarzwald tension sitzt in herrenberg und wurde gegründet und heute noch geführt von klaus ulbricht als er diese marke 1996 erdachte und mit 1997 mit den ersten uhren an den markt ging war sein anspruch uhren zu bauen von hoher qualität die in nahezu jeder situation extrem gut ablesbar sind sie sollten gut verarbeitet sein sie sollten stabil sein was auch eine entsprechende wasserdichtigkeit voraussetzt also keine dressuhren mit nur drei oder fünf bar sondern alles robuste wasserdichte uhren mit mindestens 100 bar wasserdichtigkeit und es sind durch die bank große gehäuse also 36 39 mm uhren wird man hier vergeblich suchen tension baut lediglich 700 uhren im jahr und das zeigt schon dass man hier mehr auf klasse denn auf masse setzt was mir sehr gut gefällt die uhren sind auch deshalb so gut ablesbar weil es eine klare design philosophie gibt die tension als informationspyramide betrachtet kurz gesagt bedeutet dass das wichtigste an einer uhr ist die funktion der zeit anzeige deswegen stehen minuten und stundenzeiger im vordergrund und das am wenigsten wichtigste ist der firmenname das firmenlogo deswegen sind diese beiden sachen auf den ziffernblättern extrem zurückgenommen und teilweise auch nur in bestimmten blickwinkeln und lichteinfällen sichtbar das portfolio umfasst sowohl drei zeiger uhren als auch chronos vollkalender uhren es gibt zwei eckige uhren die stahlbänder sind integriert es gibt uhren mit farbigen ziffernblättern und farbigen bändern aber eben alles in einer entsprechenden größe auch wenn es eine kleine linie damenuhren gibt preislich liegt die uhren im unteren vierstelligen bis mittleren vierstelligen bereich ich möchte euch aber natürlich auch einige uhren zeigen und nicht nur über die marke reden hier sehen wir die cameo eine rechteckige uhr mit einem interessanten weil abgesetzten ziffernblatt mit einem eckigen safir glas und 100 meter wasserdichtigkeit nicht besonders üblich die cgk 204 von der hier einige bilder seht gibt es in unterschiedlichsten varianten auch schwarz pvd bestichtet und mit angenehmen schönen farbigen akzenten die cgk 205 ist eine uhr mit einem integrierten stahlband und es gibt optional auch viele farbige lederbänder es ist unmöglich alle uhren zu zeigen alle varianten zu zeigen in jedem fall ist die homepage auch wenn sie vielleicht nicht ganz so sophisticated ist wie bei anderen herstellern einen besuch wert und die uhren ich habe sie in der hand gehabt und es kommen auch noch reviews zu den uhren sind in meinen augen den aufgerufenen preis wert auch wenn es keine billigen uhren sind sind es dennoch wertige uhren die zweite marke meines ersten schwarzwald videos ist laco auch laco habe ich euch vor einiger zeit schon einmal im detail vorgestellt und auch einzelne uhren vorgestellt laco ist ein sehr traditionsreiches unternehmen mit sitz in pforzheim übrigens ganz ganz viele uhren des nördlichen schwarzwaldes der aktuelle geschäftsführer ist meines wissens nach uwe rücker und laco wurde 1925 gegründet von frieda lacher und ludwig hummel als lacher und co aus lacher und co wurde dann später laco ist vorrangig bekannt für flieger uhren laco war auch wirklich immer bestrebt hochwertige gut und robuste flieger uhren zu bauen heute ist das besondere an der marke laco meiner meinung nach die serie erbstücke in der flieger uhren mit modernster technik absoluter wasserdichtigkeit modernen werken und auch modernen robusten gehäusen manuell gealtert werden so dass sie aussehen wie eben erbstücke oder alte uhren ich zeige euch da gleich auch noch ein beispiel zu laco bietet aber mehr als das laco bietet auch einfache anzugsuhren im unteren preissegment sport uhren bevor wir jetzt aber da weiter darauf eingehen eine sache die ich wirklich wichtig finde laco bietet die flieger uhren und das habe ich bei keiner anderen marke in diesem ausmaße gesehen immer als automatik und handaufzugs variante an und in zwei wenn nicht sogar drei verschiedenen größen und das finde ich unglaublich toll weil es auch alle modelle sowohl als flieger typ a oder auch b gibt so dass hier ganz sicher jeder sein modell in seiner größe finden kann wenn einem das design insgesamt denn gefällt und jetzt kommen noch ein paar bilder die laco dortmund ist eine uhr im ganz klassischen flieger und typ b design wohingegen die westerland als erbstück gemacht ist die frankfurt gmt ist eine moderne interpretation die mir sehr gut gefällt ebenso wie die engadin die ihr hier seht beides moderne interpretationen von flieger uhren aber neben flieger uhren baut laco auch einsatz uhren wie hier die seven seas oder auch die amazonas von der ich übrigens die variante in blau habe und sehr zufrieden damit bin die hockenheim ist ein ganz moderner sportlicher chronograph und sowohl die hockenheim als auch die amazonas sind uhren die preislich sehr attraktiv sind für das gebotene so ist zum beispiel die gezeigte amazonas je nach band variante knapp über oder knapp unter 1000 euro was ich für das gebotene einen sehr fairen preis finde die dritte marke in meinem ersten video ist aristo aristo sitzt ebenfalls in forzheim und wird geführt von hansjörg vollmer aristo wurde schon 1907 gegründet und hat bis 1992 kontinuierlich uhren produziert und verkauft in summe mehrere millionen armband uhren also ein ganz großer bekannter massenhersteller von armband uhren 1992 wurde die produktion vorübergehend eingestellt bis 1998 hansjörg vollmer die uhr und marke wiederbelebt hat sich aber entschieden hat nicht den gleichen ansatz zu verfolgen der vorher verfolgt wurde in der produktion vieler uhren und auf masse zu setzen sondern er hat einen schritt zurück gemacht und hat lieber auf klasse gesetzt kleine serien kleinst serien gemacht besondere materialien verbaut ein eigenes design entwickelt es sind sehr viele uhren mit karbon elementen karbon armbändern karbon ziffernblättern da es gibt titan uhren es gibt uhren die ganz klar an die fliegerei erinnern also wirklich sehr spezielle uhren die ein wirklich eigenes design haben und allein dadurch aus der masse herausstrichen neben den aristo uhren gibt es unter dem dach von aristo auch noch die uhren serie messerschmidt die sich ganz klar ausschließlich auf flieger uhren ausrichtet wo hingegen aristo auch taucher uhren oder dress uhren oder field watches anbietet die preise liegen im mittleren dreistelligen bis unteren vierstelligen bereich lassen wir uns einige uhren angucken die modellbezeichnungen bei aristo sind leider etwas kryptisch deswegen habe ich mir die nun wirklich nicht rausgeschrieben sogar noch kryptischer als bei tension dennoch finde ich die uhren sehr schön anzuschauen hier haben wir eine fieldwatch mit gelben akzenten einem karbon ziffernblatt und einem milanese armband hier ist nicht nur das ziffernblatt aus karbon sondern auch das band was das band relativ steif und stark macht aber dafür sehr belastbar und sehr leicht wie ihr sehen könnt die uhren haben alle ein ganz eigenes design na gut vielleicht bei der taucheruhr hier nicht unbedingt aber die anderen uhren sind wirklich uhren die man so nicht an jeder ecke findet und auch nicht bei vielen mitbewerbern insbesondere im hinblick darauf dass es uhren sind mit karbon mit titan und auch einem eigenen design die vorletzte marke in meinem ersten video über den schwarzwald ist zirkula zu zirkula habe schon einzelne uhren gezeigt ich möchte trotzdem noch kurz einen abriss über die firma geben damit es hier im zusammenhang des videos steht zirkula sitzt in keltern und wird geführt von cornelius huber zirkula wurde aber gegründet als uhrenmarke 1955 von heinz huber dem großvater von cornelius die firma zirkula selber gibt es schon seit 1926 die ersten jahre waren allerdings ein was war sie allerdings ein uhren und schmuck großhandel keine marke kein vertrieb eigener uhren im zuge der quartz krise wurde leider die produktion von uhren in den 80er jahren eingestellt aber 2016 hat sich der enkel des gründers entschieden die marke neu zu beleben das portfolio umfasst mittlerweile anzugshuhren dressuhren im mittleren dreistelligen bereich oder auch im oberen dreistelligen bereich dann aber als limitierte auflage mit historischen pow werken die cornelius huber erwerben konnte gereinigt revidiert neu zusammengesetzt und in die uhren eingebaut hat so dass man eine moderne uhr mit einem guten und auch aus uhre geschichtlicher sicht interessanten deutschen werk bei ihm beziehen kann was ich allerdings besonders interessant finde ist der ansatz von cornelius huber seit neuestem seit anderthalb jahren ungefähr uhren mit seinen kunden gemeinsam zu entwickeln das hat er mit der aqua sport getan und das tut er auch mit der super sport die dieses jahr in den verkauf gehen wird er hat es sowohl auf seiner webseite gemacht als auch in verbindung mit dem uhrforum wo er unterschiedlichste aspekte der uhr in gesteckten grenzen hat von seinen kunden beeinflussen lassen über abstimmungen über diskussionen es war nicht so dass dieses feld komplett offen weit ist schon ganz klare vorstellung welche richtung es gehen soll und was er machen möchte und was nicht aber innerhalb dieser grenzen hatten die kunden möglichkeiten ihre eigenen ideen und vorschläge einzubringen bei der super sport die dieses jahr kommt hat dieser ganze prozess ein wenn ich es richtig im kopf haben dreivierteljahr gedauert mit über viereinhalb tausend stimmen zu den einzelnen aspekten finde ich wirklich klasse weil er ganz klar gesagt hat dann und dann passiert das und das das ist doch so gekommen dass es aktuell wegen zulieferengpässen zu einer geringen verzögerung kommt ist da in meinen augen absolut entschuldbar andere projekte ziehen sich über jahre hin und hier haben wir einen fahrplan der eingehalten wurde finde ich klasse aber ich zeige euch das jetzt am besten noch mal in bildern dann habt ihr eine vorstellung davon was ihr bei zirkular erwarten könnt das ist die classic serie im mittleren dreistelligen preisbereich wie ich erwähnt habe und die heritage serie ist die serie mit den limitierten pow werken einige wenige gibt es noch die aqua sport die ihr hier seht gibt es in unterschiedlichen farbvarianten unterschiedlichen band varianten für einen preis um die 700 euro je nach band oder sonstiger variante in einem ähnlichen preisbereich wird sich auch die super sport bewegen die ihr hier seht die aber ein ganz anderes auftreten hat und interessanterweise als echter kompressor kommt das heißt es ist nicht nur das kompressor design mit den zwei kronen und der innen liegenden dreh lunette sondern auch die technische vorrichtung des bodens entspricht der eines super kompressors und das ganze für signifikant unter 1000 euro ja und jetzt kommt die fünfte marke wilhelm rieber tourbillon eigentlich müsste ich jetzt kurz innehalten eine kleine pause machen denn das muss man wirklich genießen wilhelm rieber baut nur tourbillon uhren und baut jede uhr genau einmal nach kundenwünschen und fast alle teile werden von ihm in seiner werkstatt in tiefenbronn gefertigt absolut beeindruckend und wirklich sehr außergewöhnlich wilhelm rieber hat 1984 die meisterprüfung abgelegt und baut seitdem im prinzip die tourbillon uhren seiner eigenen marke er repariert auch uhren und zwar nicht nur solche edel uhren sondern auch einfache uhren bekannt ist er aber für seine marke wilhelm rieber tourbillon ich werde euch später noch einige beispiele und einige kleine geschichten dazu erzählen ich habe ein zitat von wilhelm rieber gelesen und hat er gesagt normale uhren gibt es schon genug seine welt sind die tourbillons und wenn man auf seine webseite schaut und auch gleich im video noch mal genau hinschaut wird man erkennen dass sich das in jedem fall gelohnt hat eine uhr zu produzieren dauert ungefähr ein jahre bei wilhelm rieber weil er jede uhr von hand entwirft es gibt nichts vorgefertigt ist keine wiederkehrende design elemente es wird alles von hand entworfen von hand gebaut und ich habe gelesen bevor eine uhr ausgeliefert wird und alle teile perfekt sitzen hat er eine uhr ungefähr 30 mal zusammengebaut auseinander gebaut zusammengebaut und wieder auseinander gebaut also richtig richtig aufwendig übrigens baut die familie rieber seit über 200 jahren uhren seit über 200 jahren sind die riebers uhrmacher seit genau genommen seit 1793 also ein ganz traditionsreiches unternehmen mit unglaublich außergewöhnlichen uhren wilhelm rieber hat auch einen ich habe es mal als quantensprung bezeichnet gelesen in der uhrmacher kunst geschafft und zwar hat er eine tourbillon chronometer hemmung entwickelt mit einer extrem kleinen und feinen feder die dann auch in eine armband uhr passt ich habe mal ein paar daten rausgeschrieben die muss ich kurz ablesen das gangrad hat einen durchmesser von 5,5 mm die regulierende feder am chronometer anker ist 6,6 mm lang und an der dünnsten stelle nur 0,02 mm das muss man sich wirklich einmal auf der zunge zergehen lassen dafür bekommt man mit jeder uhr die wilhelm rieber ausliefert ein gebundenes von seiner frau handgeschriebenes buch in der exakt beschrieben und bebildert ist wie die uhr entwickelt wurde wie sie gebaut wurde also der ganze produktionsprozess ist in diesem buch dokumentiert und man bekommt dieses buch zusammen mit der uhr jetzt kann man sagen bei dem preis kann man das erwarten nein kann man nicht meiner meinung nach ich finde das eine unglaublich schöne sache und das ist wirklich etwas für jemanden der nicht nur viel geld ausgeben möchte sondern auch für jemanden der wirklich spaß und freude an solchen uhren hat eine sache die fand ich persönlich noch richtig klasse hat mir die marke noch sympathischer gemacht als ich sie vorher ohnehin schon fand in der werkstatt läuft wenn er arbeitet in der regel pink floyd oder queen also selbst wenn es nicht um uhren ginge ich hätte wahrscheinlich trotzdem spaß dort vorbeizufahren also richtig richtig gut aber lassen wir mal ein paar uhren anschauen auch da kann ich vielleicht noch das ein oder andere zu sagen Wilhelm Riebe hat einmal für einen chinesen eine uhr gebaut und zwar eine uhr aus platin die der chineser heute noch täglich trägt mit 500 gramm gewicht ein tourbillon mit einer platin uhr hier sehen wir die goldstadt tourbillon mit einem wunderschön ausgearbeiteten ziffernblatt das ziffernblatt der maybach ist ganz schlicht und plan gehalten dafür steht das tourbillon sehr präsent im vordergrund bei der michael schumacher uhr muss man vielleicht ein kleines bisschen ausholen denn diese uhr wurde tatsächlich für michael schumacher gebaut leider hat wilhelm rieber michael schumacher nicht persönlich getroffen sondern der manager von michael schumacher willi weber ist auf wilhelm rieber zugegangen und hat gesagt er möchte gerne michael schumacher eine uhr schenken eine besondere uhr eine tourbillon uhr und so kam es dass wilhelm rieber tatsächlich eine uhr für michael schumacher gebaut hat die dann willi weber michael schumacher geschenkt hat eine wirklich außergewöhnliche geschichte zu einer wie ich finde außergewöhnlichen uhr die hier gezeigte uhr ist ein klassischer tourbillon und wir sehen gleich auch noch einige detail ansichten des ziffernblattes vor entverarbeitung sowie ein wirklich wunderschönen blick auf das tourbillon eine marke die ich so in der detail tiefe gar nicht auf dem radar hatte ich wusste natürlich dass es wilhelm rieber gibt ich wusste auch dass dort sehr exquisite uhren gebaut werden aber wie viel liebe im detail steckt wie viel handarbeit da drin steckt und auch die einbindung seiner frau mit dem buch was der neue besitzer der uhr dann bekommt also ich finde das absolut klasse die uhren sind außerhalb jeglichen preisrahmens den ich mir leisten kann aber ich glaube dennoch dass sie ihren preis wirklich wert sind ja das war jetzt mein erstes video über die schwarzwort marken es kommen noch drei schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet und freut euch auf die nächsten drei videos bis dahin tschüss euer axel